Hallo Leute, Teil 4. Wenn ich mich recht entsinne, und ich entsinne mich recht, dann stehen wir jetzt für diesen Tor und dahinter bricht die Hölle los. Na ja. Ja, sag ich's doch. Gut, gut, gut. Läuft eigentlich alles ganz anständig. Na, ist doch gut gelaufen, ne? Das war doch jetzt ein richtig guter Kampf. Gut gelaufen, jawoll. Ja, klasse. Oh, Akolytstav. Ah, schon wieder. Mein Zehnter oder so. Hoppla. Was? Ja, doch, 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 doch. Entschuldigung. So, doch, das ist schon ganz gut gelaufen, kann man nicht sagen. Oh, oh, hab ich wieder bis auf die Knochen ausgeraubt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Selbstverständlich müssen wir hier ein bisschen speichern. Ist ja klar. Was ist denn das jetzt? Also, ich brauche meine Sanduhr gar nicht mehr früher, ich muss meine Sanduhr gebraucht haben. Inzwischen mache ich... Oh je. Mach ich die ganze Sache mit Audacity. Auf dem zweiten Monitor. Freunde, wie wär's mal? Na ja. Ja, solange eine von der Gruppe überlebt, passt schon. Ich will dich doch mal. Oh, 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 oh. Ich werde das machen. Ich werde das machen. Ich versuche, das zu schnell machen. jetzt falsch und knapp dann da jetzt nicht gleich umfällt es kann nicht wahr sein ehrlich voll lächerlich es ist halt schrecklich wenn die kommen auf einen drauf da springen gut also was wir auf jeden fall gelernt haben ist dass die lily 100 prozent von arsch ist ja Oh, 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 oh. So, so geht es dann in dem Kampf. Ah ja. Eigentlich an sich ist es jetzt nicht so schwierig. Aber wenn man sich natürlich anstellt wie ich, wie ein Mädchen, dann ist das natürlich sehr schwierig. Diese ganzen Sachen da, für Herbalism, schauen wir uns an, wenn wir raussehen aus dem Loch hier. Okay. It will be done. Of course. So. 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 Okay, mal gucken. Ah, jetzt. Mal neuer Stab, den hatten wir noch nie. Oh geil. Plus 2 Damage plus 2 Spell Power. Ah ja, ich glaube, den nehme ich. Doch, den ziehe ich an. Ja, ja. Die Lilly, habe ich für die irgendwas? Ach, ich habe gar nichts in der Hand gehabt. Oh, ich deb. 4, 5. Okay, die hat da jetzt auch nicht so großartig was an. Aber der Jowen hier, ja. Okay. Der hat auch gar keinen Stab an. Ey, hätte ich dem ruhig eigentlich einen geben können? Aber der kriegt nur den hier. Sorry, glaube ich. Jetzt sind wir schon mal einiges stärker als Gesamtgruppe. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Prophecy my crime, cursed to stone for foretelling the fall of my lord's house. I'm not sure, the Archons were the lords of the Imperium. Forever shall you stand on the threshold of my proud fortress, he said, and tell your lies to all who pass. But my lord found death at the hands of his enemies, and his once proud fortress crumbled to dust, as I foretold. A Tevinter statue! Don't listen to me! The Tevinter lords dabbled in many forbidden arts. This is a wicked thing. It must have been here for years. Look at the dust. I feel a little sorry for it. Weep not for me, child. Stone they made me, and stone I am. Eternal and unfeeling. And I shall endure till the Maker returns to light their fires again. What does that mean? Hey, do you need help? No help can be given me, for this is my doom and my destiny. Ambiguous rubbish, it could mean anything. I can do it too. The sun grows dark, but lo, here comes the dawn. Stop talking to it. Please, both of you. Come on, Jaoin. Let's go. Wow, that old wall is about to come down any moment. I think the phylactery chamber is on the other side of the wall behind this bookcase. We should be able to find something that can knock some of the bricks loose. Hmm, okay. If we work together, we can shift it. Come on. Now we just need to find a way to get through this wall. We should be able to sneak around. We should be able to sneak around. Okay, how are we now coming? Good question. What do you do? Ich überlege gerade, ob man so eine Art Bombe vielleicht irgendwie nehmen könnte. Hä? Oder haben wir sowas schon in unserem Besitz? Das ist die große Frage. Okay, mal gucken. Hmm. hm ho 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 hab ich irgendwas verpasst? wie komm ich da rein? ah ist doch immer so, steht direkt vor der Nase oh yeah ja ne ne das ist meiner, bei der anderen ist es ok hallo ich bin hier, ich halte mich an die verdammten Regeln wird ja wohl nicht so schwer sind und sich mal an die Regeln sich mal an die Regeln zu halten oh du bist so großartig du bist so großartig und du bist so großartig Ich werde es tun. So, ja, hätte ich fast mich selber angezündet noch bei der Gelegenheit. Aber ist ja nichts passiert, Gott sei Dank. Und das war jetzt ein richtiger kleiner Bossgegner, sozusagen. Ein Named Rare. Rare. Named Rare. Named Rare. Ah, okay, hier sind ja Phylakterien. Ähm. Joa, ah, da ist ja Jones Phylakterium. Okay. Jetzt weiß ich, wo das steht. Ich möchte auf jeden Fall zuerst geschwind in diese andere Türe hier reingehen, weil es mich halt doch interessiert, was dahinter ist. Ah, das ist der Ausgang. Okay, ich verstehe. Das wäre der andere Weg gewesen. Das ist meine Phylakterie. Okay. Du hast es gefunden. Ich kann nicht glauben, dass dieses kleine Vial zwischen mir und Freiheit liegt. Ah, so frägele. So einfach nur zu Hause, um es zu entfernen, um es zu entfernen, um es zu entfernen. Und ich bin frei. Ich bin mir. Jetzt? Wir können nicht warten, bis wir uns von dieser Tauer entfernt? Ich kann nicht warten. Nein, wir halten ihn auf jetzt. Knallharte. Hast du ein Päck auf? Jaoen, wir sollten gehen. Wir können immer weg. Geh nicht mit mir. Lass uns allein. Du hast genug gemacht. Tja, so sieht es nämlich aus. Können nicht mal alle kreuzweise. Die Kacker. War das jetzt gemeint? Bin ich jetzt bösartig, oder? Ich glaube schon, das war jetzt nicht so die feine englische Erde. Andererseits, ja. Wenn die uns betrügen. Wir sind zu weit, Jaoen. Wir sind hier. Wir sind hier. Es wird alles gut. Wir werden hier raus, Lillie. Ich versuche. Ein Initiator, mit einer Bloodmage. Ich bin froh, Lillie. Sie fühlt sich an. 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 Sie sind richtig, Irving. Die Initiator hat uns verletzt. Die Chantrie werden das nicht verletzt. Und hier ist dein Lacky, der so effiziently verletzt diese Miscreants in unsere Hand. Dein Plan funktioniert nachher. Die... Die Majorsprison? Nein! Bitte, nein! Nicht da! Nein! Ich lasse dich nicht an. Nein! Ach du Scheiße. Nein! Die Schöne. Die Schöne. Die Schöne. Die Schöne. Die Schöne. Die Schöne. Wie du nicht? Du hast nicht gesehen. Ich veranke, ich habe einen lieben. Ich habe mich geworfen. Die Schöne. Die Schöne ist schweig, Jawan. Die Schöne. Die Menschen verraten. Sie die Verrückt. Ich mache sie. Die Schöne. Die Schöne. Ich will nur mit dir. Lilly, bitte, komm mit mir. Oh, mein Gott! Oh scheiße, ich glaube jetzt haben wir durch unsere... ...Entscheidung Gutmarke erschaffen. Oh mein Gott! None of us expected this. Are you all right, Gregor? As good as can be expected given the circumstances. If you had let me act sooner, this would not have happened. Now we have a blood mage on the loose and no way to track him down. It's been your magical band. Where is the girl? I... I am here, sir. You helped a blood mage. Look at all he's hurt. Save your breath. I can speak for myself. Knight Commander, I... I was wrong. I was a compass to a... a blood mage. I will accept whatever punishment you see fed. Even... even Aena. Get her out of my sight! And you. You were in a repository full of magics that are locked away for a reason. Did you take anything important from the repository? Hmm. Oh jee, oh jee, oh jee. Bin ich jetzt auch da weg oder was? Ach du Scheiße. As I said, he was working under my orders. And this improves the situation. The phylatry chamber is forbidden to all save you and me. I had my reasons. You're not all knowing, Irving. You don't know how much influence the blood mage might have had. How are we to deal with this? Knight Commander, if I may. I'm not only looking for mages to join the king's army. I'm also recruiting for the Grey Wardens. Irving spoke highly of this mage. And I would like him to join the warden ranks. What? You promised him a new Grey Warden? He served the circle well. He would make an excellent Grey Warden. We look for dedication in our recruits. Fighting the darkspawn requires such dedication. Often at the expense of all else. I object. You say he operated under your instructions serving. And black tragen. I must investigate this issue. And I will not release this mage to the Grey Warden. Rhaegar, mages are needed. This mage is needed. Worst things plague this world than blood mages. You know that. I take this young mage under my wing and bear all responsibility for his actions. This mage does not deserve a place in the order. Why? Do we not reward service? This mage has served the circle well. You have an opportunity if you even dream of. Do not squander it. Yes. Be proud child. You are luckier than you know. You will carve out your own place in this world. Come. Your new life awaits. Haha. Haha. But the Templars are very hard to say. I don't know. The Templars are very bad. I don't know. But I wasn't even a good friend. So to say. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar. On the edges of the Korkari wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago. To prevent the wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here. Even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the darkspawn several times. But here is where the bulk of the horde will show itself. There are only a few grey wardens within Ferelden at the moment. But all of us are here. This blight must be stopped here and now. If it spreads to the north. Ferelden will fall. Ho there Duncan. King Caelan. I didn't know the König. A royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it your majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you your majesty. There's no need to be so formal Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there friend. Might I know your name? Of course. Of course. Of course. Pleased to meet you. The grey wardens are desperate to bolster their numbers. And I for one am glad to help them. I understand you hail from the circle of magi. I trust you have some spells to help us in the coming battle. Hahaha. Excellent. We have too few mages here. Oh yeah. Allow me to be the first to welcome you to Ostagar. The wardens will benefit greatly with you in their ranks. Hmm. I'm sorry to cut this short but I should return to my tent. Logain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Red Cliff forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won three battles against these monsters and tomorrow should be no different. Overconfident some would say. Right Duncan? Hahaha. Your majesty. I'm not certain the blight can be ended quite as quickly as you might wish. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of darkspawn on the field. But alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, your majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Logain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. What the king said is true. There were several battles against the darkspawn here. I don't know. It's really cool. Dann machen wir richtige Ritterkämpfe. Und zwar, wow, hey, Hammergale. Geil drüber nachdenken, man. Okay, was der King sagt ist wahr. Sie haben hier mehrere Ritterkämpfe gewonnen, hier. Daher ist ein Archt-Dämon hinter dem, aber ich kann nicht auf den King zu tun, dass er nur auf meine Gefühl hat. Er ist nicht genug, um die Verwärter von den Greischen Warden von Orlais zu warten zu warten. Er glaubt, dass unsere Legendheit alleine macht ihn nicht verletzt. Unsere Zahlen in Ferelden sind zu wenig. Wir müssen tun, was wir können, und schauen, um Terren Loghain zu machen. Wir müssen die Unterschiede machen. Auf diesem Ende, wir sollten mit dem Ritual der Ritual, ohne Verwärter. Okay. Jeder Rekrute muss durch ein Ritual secretes Ritual, das wir nennen, der Ritual, in order zu werden, um ein Grey Warden zu werden. Der Ritual ist breit, aber ein paar Preparation ist notwendig. Wir müssen bald beginnen. Hm. Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alister. When you are ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. All I go. Ostagar. Cool! Also Leute, dann würde ich mal sagen, den Rest der Brücke überqueren wir in der nächsten Folge. Hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.